Ja, hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesor The Dark Descent. Und ich hab jetzt eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, ich hab jetzt die vier Chemikalien plus den Topf. Also kann ich jetzt aus dem Weinkeller prinzipiell raus. Ah, okay, ich brauch wieder ein bisschen... ...Juice. Nur noch hier raus, nur noch hier raus. Und zur Eingriffshalle. Oh mein Gott, ich mach gleich die Scheiße hier hoch hier nach dem Part. Sonst wird mir das zu dunkel und mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich die Uhr nicht betätigt hab, was ich gerade getan hab, was ich toll find, was geil ist. Ja, lest, wenn ihr wollt. Okay. Ah! Nee, da muss ich jetzt hin, glaub ich. Jo, ins Labor rein. Okay. da nicht, aber da ja, das Spiel wir haben seine Tricks jetzt zünd ich jetzt zünd ich das an, nee warte mal erst mal den im Endeffekt muss ja hier was hin die ganzen durchgehen was was Bist du da hin? Warte mal. Drehen ist ein bisschen schwerfällig hier, finde ich jetzt. Hä, bin ich jetzt so doof oder was? Ah, okay. Warte mal, bin ich hier noch was? Nee. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Oder kann ich das jetzt nicht verstehen? Warte, Mementos nochmal. Keine Mementos vorhanden. Geil. Ah, ich verstehe jetzt die hier. Jetzt verstehe ich es. Ah, jetzt gehe ich. Säuretopf, geht doch. Damit kann ich jetzt den Weg weiter... ...gehen. Memento. Die Treppen sind eingestürzt. Finde einen Weg, um zurückzukehren. Okay. Lass uns mal gucken. Was ist das denn? Ah, das sieht doch gut aus. Ah, okay. Na, das geht doch. Eingangshalle und dann sind wir ja schon fast wieder weiter im Spiel. Aber den Raum fand ich cool gemacht, muss ich ja ernsthaft jetzt mal sagen. Das wäre ja überhaupt nicht. Ach, hab ich das immer übertreiben müssen? Ähm, jetzt da unten hin? Okay. Ähm, eine Art organische Gewebe. Ja, das weiß ich auch noch so. Wusste ich noch, dass man das damit machen kann. Ist ja auch logisch, ne? Durch den Topf jetzt noch? Okay. Okay, die Raffinerie. Was gibt es denn da? Feines. Oh! Den kenne ich ja schon. Der war in der Demo, der Raum jetzt hier, der gleich kommt. Glaube ich jedenfalls, dass der jetzt kommt. Oh. Ja, das ist weg. Es ist sicher, es ist dunkel hier. Ja, aber es ist ein guter Grund. Ja, aber es ist ein guter Grund für es. Aber du kannst du auf die Lampen jetzt, wenn du möchtest. Was ist die Grund für die Dunkelheit, das ist? Bleib dran. Beide nicht zu schreien. Was ist die Grund? Warum ist es so schreien? Bege mich, Dandel. Es ist wichtig, dass du weiter gehen und sicher nicht zu schreien. Okay. Bitte. Leid vorsichtig, wir in feiner Nähe sind, wenn du dich in der Dunkelheit dukst, oder bist du nicht so einfach zu sehen. Ja, das ist darum, der Ende Demo war. Die Demo habe ich hier gespielt. Jetzt müsste hier prinzipiell, wenn es genauso aufgebaut ist, gleich ein Monster kommen. Obacht. Genau. Da ist, Raymo doch hingelang hat mir erzählt, dass sie auch in der Demo, dass sie die auch gespielt hat, nachdem ich die natürlich gezeigt hatte, versteht sich. Dass sie denn da zum Monster hingelaufen ist und danach war es weg. Ja, ja, das Spiel will einem damit sagen, man ist weitergekommen. Du machst Spiel. Nein, hier ist keiner, Daniel. Nur du. Ah, okay. Guck mal an. Boah! Ganz ruhig. Das habe ich ganz vergessen hier eben. Die Rückkehr. Ja, mega. Oh, dieser Alexander. Hey, alles macht er hier drin. Okay, ist blockiert. Boah, guckt euch das mal an. Organisches Gewebe vom Feinsten. Sind, ja, okay. Anderen Weg finden. Den kennen wir ja schon. Der ist nämlich da. Ich will nur gucken, was hier ist. Das wusste ich noch von der Demo. Das ist auch noch ein Raum. Aufpassen. Aufpassen. Was zur Hölle? Daniel. Oh mein Gott. Was gibt es hier? Ich glaube, das war ein geplantes Event gerade. Wir sind in der Zittern. Okay. Unschön. Deswegen gehen wir jetzt hier mal weiter. Also, ich will Krach machen, ne? Es ist ja kein Wunder, dass die sich beschweren. Ja, er kommt weiter. Dieser arrogante Spieler wieder, ey. Okay. Okay. Das laufen. Ja, doch. Etwas. Okay. Da ist noch eine Büchse. So eine Büchse. Okay. Ah, guck mal an. Zwei Zunderbüchsen. Das ist ja wieder auf dem Wort Zunderbüchsen. So, warte mal. Hier war doch ein Mechanismus, ne? Jo, hier war ein Mechanismus. Da war doch da oben was, ne? Da, genau. Ich hab's ja damals in der Demo hab's kaputtgeschlagen. Ich glaub, vom Prinzip müsste man's auch rausziehen können. So, okay. Das hätten wir. Und jetzt müsste ich's eigentlich drehen können. Warte mal, was kam noch gleich? Ich glaub, ich weiß, was... Da kam nämlich noch ein Abschnitt in der Demo. Und den... Gehen wir beim nächsten Mal an. Aber ich geh trotzdem erstmal runter. Und da, deswegen verabschiede ich mich für heute wieder mit Amnesia The Dark Descent. Bis denn dann, Leute. Ich komm'sariais hier. Hier bin ich nochmal. Und das ist eigentlich an за 10% hin.